Ich habe hier ein Handy und messe den Luftdruck einmal oben und dann gehe ich in den Keller und messe den Luftdruck hier unten. Da unten sollte er größer sein. Um wie viel? Also dieses mehr, um wie viel wird es größer? Das ist die Frage. Der Luftdruck ist Kraft pro Fläche und Kubikmeter Luft hat eine Masse von 1,3 Kilogramm. Und diese Höhe, bei drei Stockwerken im Schulhaus schätze ich die Höhe auf etwa 10 Meter. 10 Meter. Und die könnte man mit Metermaß auch genauer messen, dann hat man es präzise. Und damit rede ich jetzt hier von einer Luftsäule. Und ich stelle mir also so eine Luftsäule vor, die da unten eine Fläche hat von einem Quadratmeter. Und wenn die jetzt 10 Meter hoch ist, dann habe ich hier 10 Kubikmeter Luft. Und jeder Kubikmeter hat 1,3 Kilogramm. Das heißt, ich habe eine Masse, also das Handy hier unten hat mehr Masse auf sich gelassen, eine Masse von 13 Kilogramm. Und im Druck kommt überhaupt keine Masse vor. Also hier haben wir die Fläche und hier haben wir die Kraft. Wie komme ich von der Masse auf die Kraft? Das ist ja Gewichtskraft. Also ich habe hier Fg ist die Masse mal der Ortsfaktor. Und das ist in dem Fall 13 mal 9,81 ist ungefähr so 130 Newton. Also der Druck ist Masse mal Ortsfaktor durch die Fläche, ist also ungefähr 130 Newton durch einen Quadratmeter. Und dann habe ich 130 Pascal. Und an der Stelle sind es Hektopascal. Das heißt 954,12, das wären 954,12,2 Pascal. Und ich erwarte, dass um 130 Pascal mehr wird. Oder ich kann auch sagen, diese 130 Pascal, das sind 1,3 Hektopascal. Hektopascal, Hektar ist immer so, da geht es um 2,0, das ist so ein Hektar sind 100 Ar. Ja, Hektoliter, 100 Liter. Ja, okay, das habe ich jetzt berechnet. Ja, und dann mache ich das Experiment, ob es klappt. Ja, also das wird nicht präziser sein, aber so in der Dimension erwarte ich es dann schon. Das ist jetzt so eure, also probiert es mal aus, macht es. Und ihr könnt jetzt auch den Wasserdruck, also wenn es jetzt hier 10 Meter, stell dir mal vor, so ein Schwimmbad, ja so, hier ein Schwimmbad und ihr seid hier oben und da habt ihr ganz normalen Luftdruck und dann geht es hier 10 Meter runter. Also das schafft man jetzt ohne Tauchausrüstung schwerlich, aber wie groß wäre der zusätzliche Druck, dann macht das genauso wie bei der Luft, Kubikmeter Wasser, das solltet ihr wissen, wie viel Masse das hat und dann bekommt ihr das hin.